Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus neun Unterfunktionen. Die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt. Von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck. Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades. Einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal. Unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gutmachen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt. Und Möglichkeiten. Hier läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden... verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann... Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elizabeth. Du wartest auf mich. Obwohl du seit 1000 Jahren tot bist, bist du noch am ehesten eine Mutter für mich. Nur ganz kurz, bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur. Meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Val? Wenn das nicht Aloy ist. Die Retterin von Meridium. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also. Was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du's so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides. Tatsächlich. Aber. Ich sollte. Oh nein. Ich hab dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast. Und meine Familie. Hab ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay. Aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich geb dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ähm. Ich erklär dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon, seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay. Ich hab auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokus-Lektion. Klingt gut. Gut. Fangen wir an. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Da. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Bitter. Ja. Aber man fühlt sich dann besser. Okay. Wir sollten weitergehen. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja. Gute Idee. Okay. Das Zoll breitet sich schnell aus. Vor sechs Monaten war alles gut. Jetzt ist sie überall. Diese Ruin. Da müssen wir hin. Ich sehe mehr so eine Wege nach unten. Mona suchen wir genau. Den Bäcker? Ähm... Also... Es ist eine KI. Es... Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein... Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Ja, ich hatte unterwegs Ärger. Und hab eine Menge Ausrüstung verloren. Die Master-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date RahgeTV-Andersie恐rog. Ke Island-Erane. Die Master-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date-Date. Det war es dann gemeinsam, und das oft etwas Schöpft." Sie pündern Maschinen-Kadaver. Hier hin und weg sind sie. Sie haben ein Kadaver zurückgelassen. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Gut, dass wir schon etwas Reinholz gesammelt haben. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Eine Leiter. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Klappt. Nach dir. Bei der Gürtel. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, ähm, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Also. Was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Die Plage vergiftet mich nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Und die Menschen werden auch krank. Und verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Hier drüben sind noch mehr von den roten Pflanzen. Hier runter. Schnell zum Gras. So was hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Bin bereit. Okay. Konzentrieren. Da kommt noch einer. Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja. In der Art. Irgendwas Gutes? Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Diese Maschine wurde auch erschossen. Noch eine Leiter. Ich muss das Schloss treffen. Geschafft. Geschafft. Du hast schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja. Ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Ich bin ein Fokus, ich bin ein Fokus. Willkommen in der Far-Sinit-Startanlage. Far-Sinit? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft. Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Ich mag es wohl auch nicht. Das sollten wir aufbrechen können. Das sollten wir aufbrechen können. Und wo sind Sie jetzt? Was stinkt hier so? Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Dr. Sobek. valley Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Das ist wohl ein Osseram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hack es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Armer Kerl. Die Säure fraß ich durch die Rüstung. Maschinenkabel stärker als Seil. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Der Fokus hat ein Untertitelung des ZDF, 2020